Die News aus dem Trainingslager des FC Hansa Rostock werden präsentiert vom Hotelsportforum. Marcel Ziemer ist heute bei mir. Dritter Tag in La Manga. Marcel, wie geht es dir? Schwere Beine? Ich denke, im Moment geht es noch. Die Einheit heute Morgen war ganz gut. Ein bisschen zum Reinkommen wieder ganz locker. Die letzten Tage waren dann ein bisschen mehr, aber körperlich fühlen wir uns, glaube ich, alle ganz gut. Die letzten Tage waren witterungsbedingt eher hanseatisch, so wie wir es von zu Hause kennen. Jetzt ab heute Sonne pur. Wie sieht es in den Spielern drin aus? Ist da Sonne oder eher Regen? Ich denke, dass Sonne innen drin ist. Das Wetter ist momentan sehr, sehr gut. Der Spaß ist da. Ich glaube, auch im Team stimmt es. Im Moment passt alles. Du hast uns mit vielen Toren schon recht viel Freude gemacht. Ich weiß aber, wer dich kennt, weiß das auch, dass es dir viel lieber wäre, wenn die Mannschaft besser dastehen würde, auch tabellarisch. Was habt ihr euch vorgenommen für die letzten 16 Spiele und was hast du dir persönlich vorgenommen? Ja, jetzt erstmal hier die Vorbereitung gut rumbringen. Wichtig ist, glaube ich, das erste Spiel in Wiesbaden, dass wir da wirklich zeigen, was wir drauf haben. Wir haben es oft bewiesen und dass wir es können, was in uns drin steckt. Und was dann danach kommt, die nächsten Spiele, glaube ich, klar wollen wir da raus. Aber wichtig wird wohl sein, dass wir zum ersten Spiel voll konzentriert sind. Alles klar. Dann wünsche ich mir viel Erfolg und wir bleiben dabei und schauen euch auf die Füße. Dankeschön. Bild aus dem Geist. Ich bin Corinna. Ich bin ein Einwärter. Also bin ich versuch. Das ist mir ein bisschen besser. Dann bin ich ein bisschen besser. Und da ist der Frage doch noch aus. Und da lifts euch guys. Vielen Dank.